Jupiter wird der Planet des Wachstums genannt. Es hat ein Gefühl von Wachstum, Fülle und Hoffnung. Wenn Jupiter gut in einem Horoskop platziert ist, vermittelt dies ein Gefühl von Hoffnung und Möglichkeiten. Dieser Planet erinnert uns daran, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alles, was wir tun, eine Chance ist, etwas Neues zu lernen. Wenn Jupiter im Horoskop einer Person stark ist, sind sie oft zum Lehren geboren. Sie haben ein Talent dafür, anderen Menschen zu helfen, zu wachsen und Dinge zu verstehen. Jaishree Krishna